Tagesinfo zum 6. August 2011, Samstag, Sonnenaufgang, Stuttgart 6.04 Uhr Morgen, Sonnenuntergang 8.56 Uhr abends, Tageslicht 14 Stunden 52 Minuten, 31. Kalenderwoche, 218. Tag, zunehmender Mond, die Gewehr belagert, Johannes Junius verbrannt, Lagers besetzt, Atombombe auf Hiroshima, Beatles enthält, Geburtstag Björn Kircheisen, Todestag Papst Paul VI. Namenstag, Gilbert und Herrmann, Nationalfeiertag Bolivien und Jamaika, Recht auf ein Fernseher, Sexualkunde bleibt Pflicht, Ausverhimmelsatam, Leipzig sind unverändert, unschuldig, Versuchskaninchen gesucht, Schwangere und Dicke zuerst, Heiko Westermann als Leder, Fluch von Tschernobyl, 140.000 Menschen starben, Stadtbesichtigung in Spanien, 45.000 Lehrer,